Ich war an so einer Start-up-Idee dran. Es heißt Switch. Echt solide. Natürlich ist er mit seiner App auf die Schnauze gefallen. Ich ende als Fleischer. Aber ich hatte so ein Gefühl, dass wir etwas Größeres machen sollten. Cannabis wird legalisiert, okay? Das ist also deine geniale Idee? Dealer werden? Eine Innovation, die Leben verändern würde. Die Fleischerei, Arsand, wird zur Fleischerei. Arsand. Mein Vater liebte die Idee. Halt sie für dich, es ist aus mit der Fleischerei. Meine Schwester hat sofort an mich geglaubt. Ja, aber nur weil du ein Vollidiot bist. Und Mami? Mami hat mitgemacht. Was macht ihr denn da? Wir zöpfen die Leitungen an. Na super. Es ist reguliert, legal und absolut sauber. 2,5 Millionen. Ach so, na gut. Guten Abend, Gendarmerie National. Und so, Hand in Hand. Was ist denn hier los? Das ist ein Desaster. Im trauten Kreise der Familie haben wir ein Business gestartet. Scheiße. Voller Liebe. Ich würde dir gern unser Pastra-Weed vorstellen. Klingt echt gut, Pastra-Weed.